Starten wir nochmal ganz kurz durch hier. Jetzt hat man mich auch auf Facebook mit Ton, damit man mich gut hören kann. Also heute auf der Uhr, wir sehen es im Hintergrund geschrieben, der Nasdaq, hat er denn wirklich genug von den Bären? Er startet auf alle Fälle schon mal in die neue Handelswoche, positiv durchsetzt an das an, was wir in der letzten Woche gesehen haben. Und natürlich gibt es die Nachrichten aus China beispielsweise, da gibt es ein Freihandelsabkommen mit dem Asien-Pazifik-Raum. Das ist sehr, sehr wichtig für die chinesische Wirtschaft. Da wird sich jetzt zeigen, wie sich der Rest der Welt sozusagen hintendran auch mitentwickelt. Also das muss man sehen, da kommt natürlich auch ein bisschen Druck, auch auf den Kessel, wenn sich Europa das Ganze jetzt anschaut und dann plötzlich sieht, da könnte jemand anders kommen, der uns den Rang abläuft. Also das bringt ordentlich Bewegung in diese wirtschaftlichen Verhandlungen mit rein. Das wird sich zeigen, was da aus der Vergangenheit entsprechend noch mitkommt. Heute auf der Uhr neben dem Nasdaq, der Währungspaare Austral-Dollar, US-Dollar, US-Dollar, Cann-Dollar und wir schauen mal noch kurz auf das Öl und selbstverständlich gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch gleich nochmal ein herzliches Willkommen sagen zu all diejenigen, die hier neu bei uns sozusagen sind. Wir hatten ja vor kurzem die Online-WOT, weil wir dieses Jahr natürlich nicht nach Frankfurt konnten. Das hätte mich wirklich sehr gefreut. Aber Corona hat das Ganze ja natürlich etwas verändert. Das wissen wir alle. Die Messe war sehr, sehr schön. Wir hatten viele, viele Zuschauer. Und ich sage an dieser Stelle auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für alle, die daran teilgenommen haben. Und jetzt haben wir hier natürlich auch wieder einige Zuschauer mehr. Und auch die herzlich willkommen zu den Morning Briefings hier an dieser Stelle. Und an dieser Stelle auch gleich die Einladung. Wer mag, kann gerne den ein oder anderen Wunschmarkt von mir analysieren lassen. Das machen wir hier jeden Morgen regelmäßig. Das heißt dazu bitte einfach in die entsprechenden Chatfelder auf Zoom oder auch auf Facebook den Wunschmarkt hineinpacken und zack, schon geht das Ganze los. Und ich hatte vorhin, als der Ton nicht da war, hatte ich schon gesagt, das Thema Nasdaq hatte ich gestern auch schon auf der Uhr. Und zwar heraus aus dem Weekend, aus der Weekend-Ausgabe sozusagen sonntags. Je nachdem, wie ich das zeitlich einrichten kann, mache ich das Research am Sonntag sozusagen, damit sich hier jeder auch entsprechend schon für die neue Handelswoche positionieren kann und platzieren kann. Das macht nämlich manchmal durchaus Sinn, das Ganze auch in Vorbereitung zu machen. Und wen das Ganze interessiert, der geht einfach mal auf die Website hier von Tickmill, klickt auf den Blogbeitrag. Ja und dann hat man hier das Ganze schon drauf und hier habe ich es geschrieben, Nasdaq ruft mit inverser Schulterkopf-Schulterformation die Bullen auf den Plan. Das hatte ich gestern geschrieben, wer sich das Ganze anschauen möchte, der sieht dann entsprechend hier die große Grundsituation und hier das kleine untere Bild. Da sieht man auch mal so ein bisschen die Dinge, auf die ich hier schaue, um die Handelsideen zu finden. Ja und das Ganze kann man sich sonntags dann, wenn ich es veröffentliche, auch direkt auch schon mal in Ruhe anschauen und für die eigene Trading-Vorbereitung nutzen. Und das greifen wir heute gleich auch mal auf. Zuvor allerdings, wie immer, den Risikohinweis, den bitte ich jetzt noch einmal in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sondern damit wäre das besprochen. Ja und wir gucken jetzt mal auf die Tagesnachrichten, denn wir haben auch gute Informationen aus China wirtschaftlicherseits bekommen hier an dieser Stelle. Die Industrieproduktion lag auf dem Niveau vom letzten Monat bei 6,9. Die Analysten hatten ein bisschen weniger erwartet, also auch das ist in Corona-Zeiten ja nicht gerade die schlechteste, sage ich mal, Meldung. Gute Nachrichten gab es auch aus China, nein aus Japan, so rum zum Thema Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal. Das ist doch deutlich angestiegen. In der letzten Meldung hat man hier minus 8,2. Die Analysten, die haben mit einem Zuwachs von 4,4% gerechnet. Tatsächlich waren es 5%, also aufs Jahr gerechnet auch ein deutlicher Anstieg. Auch über den Analysten, da haben wir 21,4% im Vergleich zur vorherigen Zahl bei minus 28,8%. Also das sind durchaus beachtenswerte Dinge und da merkt man, dass die Wirtschaft hier auch ganz schön schnell wieder an Fahrt aufnimmt. Ich weiß, wir sind noch lange nicht im Vorkrisenniveau, aber jetzt zählt es halt, die kleinen Schritte zu nehmen, um irgendwann wieder dorthin zu kommen, wo die Welt mal gewesen ist. Und das sind die Dinge sozusagen, die man hier an dieser Stelle hat. Thema Bezugspunkt, was setze ich denn meinen Anker auf die hohen Zahlen oder die schlechten Zahlen, je nachdem wie man es ist. Das ist dann die Lesweise, aber rum wie nun, wir machen am Ende das draus, was uns die Charts zeigen. Und deswegen blicken wir jetzt auch gleich mal in die Charts hinein hier an dieser Stelle. Das heißt also, wir schauen zuerst einmal auf das, was wir im Nasdaq sehen. Und der Nasdaq hier mal im Tageschart, da haben wir ja schon gesehen, hier oben ist die Luft immer so ein bisschen dünner geworden. Ich skizziere gleich mal hier noch mit die oberen Bereiche, wo wir gesehen haben, da ist halt einfach immer viel, viel, viel Bewegung drinnen. Schaut mal hier dieses Level, was ich oben meine. Hier das Allzeithoch, hier haben wir uns vorgekämpft. Da waren wir dann schon alle ein bisschen skeptisch, wo wir gesagt haben, oh, jetzt haben wir hier ein Hoch, hier ein ordentliches Tief, dass hier drüben über oder unter wichtige Marken draufgegangen sind. Das hat aber alles gehalten. Dann hat der Markt hier hochgetrendet und hat dann ein tieferes Hoch gemacht und ist das dann ordentlich nach unten abgesaust. Jetzt stehen wir wieder hier. Also wir haben sehr, sehr hohe Schwankungsbreiten. Das heißt, wir haben hier ein Hoch, hier ein höheres Hoch, hier ein initiales Tief, hier ein höheres Tief. Also wenn man sich das Gesamtbild mal anschaut, sieht man schon, dass die Märkte doch noch relativ positiv unterwegs sind. Oder was heißt noch? Dass die Märkte positiv unterwegs sind und dass wir durchaus Chancen haben, nach oben auch mit reinzulaufen. Es liegt halt gerade jetzt auch mit Blick auf die USA nicht nur an Covid-19, was hier gespielt wird, sondern es liegt auch sehr, sehr viel daran, wie sich der US-Wahlkampf dann jetzt irgendwann mal final zu Ende begibt. Trump ist ja weiterhin hart, er kennt den Wahlsieg Bidens nicht an. Biden fängt schon an, seine Amtszeit vorzubereiten. Das ist eine Gemischlage, eine Gemischlage, eine Gemengelage, wo man nicht richtig weiß, wie es ausgehen wird. Aber nichtsdestotrotz, die Indizes, die gehen ein bisschen hoch. Und ich habe heute mit Absicht auch mal den Nasdaq mit auf die Ohr genommen, weil der Nasdaq in der letzten Woche deutlich abverkauft hat. Zumindest am Montag und am Dienstag ging es ziemlich stark nach unten. Wir sehen es hier auch an dieser starken Spy-Kerze. Wir hatten ja letzte Woche die Meldung am Montag, dass wir einen Impfstoff haben, der kurz vor seiner Zulassung steht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht für die Märkte gewesen. Das hat allerdings einige Märkte aus dem, beziehungsweise einige Unternehmen aus dem Technologiesektor ziemlich starke Bedrängnis gebracht. Die Unternehmen, die sozusagen in der Corona-Krise von der Situation stark profitiert haben. Ja, das ist beispielsweise Versandhandel. Das ist sowas wie eine Paletten-Aktie vom Unternehmen her. Also all diejenigen oder auch Stringing-Services, die in der Krise gut performt haben. Da geht der Markt oder ging der Markt jetzt schreckhaft davon aus, dass man gesagt hat, oh, wenn jetzt wirklich Corona vorbei ist, dann wird das alles wieder wie früher. Und gut ist, gut, ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass die wirtschaftlichen Veränderungen, die jetzt hier angefangen haben, also auch das Umdenken auf Unternehmensseite, dass man beispielsweise Meetings besser online abhalten kann, wenn die Reisewege zu lang sind. Dass man gewisse Sachen auch von dem Homeoffice aus zu Hause ausmachen kann und da die digitalen Fortschritte nutzen kann. Also es wird wahrscheinlich nicht alles aus der Corona-Krise so bleiben, wie es war. Das heißt, alles, was hinzugekommen ist. Aber gerade bei diesen Dingen, die uns das Leben einfacher machen können, die auch ein Fortschritt für die Zukunft sind, da denke ich doch, dass einiges Positives passieren wird. Und das bei den Unternehmen auch weiterhin eine Rolle spielen wird, die jetzt in der Krise profitiert haben. Ja, und das werden wir dann an den Aktienkursen auch sehen. Wir sehen es, der Nasdaq läuft auch schon wieder nach oben. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Denn, wie ich das gestern geschrieben hatte, diese Kerze hier, diese von mir hier blau markierte Kerze, das war die Kerze vom Freitag. Wartet mal, das war doch, nein, die Donnerstagskerze ist das gewesen, hier an dieser Stelle. Oben und unten haben wir wichtige Marker und wir sind jetzt oben drüber gelaufen. Das ist jetzt die positive Nachricht. Hier oben, hier in diesem Bereich, hat sich auch diese inverse Schulterkopf-Schulterformation gebildet. Das sehen wir gleich im Stundenchat. Aber was ich jetzt an dieser Stelle sagen möchte, ist einfach, der Blick hier rein, der ist so wichtig. Denn mit Überschreiten dieser Kerze haben wir die Aufwärtsdynamik der letzten Woche fortgeschritten und können uns jetzt weiter auf die Oberseite orientieren. Das heißt, da haben wir schon richtig gute Chancen, nach oben mit rein zu laufen. Und das schauen wir uns jetzt ganz einfach mal im Stundenchat auch an. Und da sehen wir in diesem Sinne auch, was ich meine an dieser Stelle. Also, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier an dieser Stelle, da haben wir schön den Markt nach oben trenden. Und dieser Trend nach oben, der setzt sich jetzt halt sehr schön fort. Und schaut euch mal an, das ist das, was ich hier an dieser Stelle meine. Hier, schön in der Stunde, der Aufwärtstrend, das ist die, sage ich mal, Gegenbewegung zu diesem starken Schub nach unten hier unten reingelaufen. So, und dann haben wir sozusagen das Ganze gehabt hier zum Donnerstag der letzten Woche hier in die Korrekturtiefe reingegangen. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist sozusagen die Fortsetzung dieses entsprechenden Aufwärtstrends. Und wenn wir uns diesen Aufwärtstrend jetzt mal anschauen wollen, dann sehen wir an dieser Stelle hier den Stundenverlauf. Und der erinnert in seiner Ausformung schon etwas an eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Rein vom Charakter her, ja. Es gibt da schönere an dieser Stelle, muss man ganz klar sagen. Aber das Grundverhalten der Marktteilnehmer ist hier das gleiche. Wir haben in etwa eine Nackenlinie, die haben wir hier grob in diesem Bereich liegen. Moment, ich muss die nochmal kurz neu einzeichnen. Und hier, das ist in etwa der Bereich der Nackenlinie, den wir hier haben. Da sind wir hier schon mal runter und drüber gelaufen, also drüber und wieder drunter. Aber das ist so der grobe Drehbereich, den wir hier an dieser Stelle haben. Also das Wichtige hier in diesem Punkt. Die Marke von ungefähr 11.930, 11.940 Punkten, so in etwa, ja. Da sind wir jetzt wirklich drüber gegangen. Das heißt, das, was wir hier jetzt sehen, ist tatsächlich die bullische Auflösung gewesen. Und was jetzt natürlich dadurch initiiert wurde, ist die Chance, dass wir weiter nach oben reinlaufen können. Und das müssen wir uns jetzt wirklich näher anschauen, wo wir hier Zielbereiche haben. Denn an dieser Stelle müssen wir natürlich gerade auch für das kurzfristige Planen, wo es an dieser Stelle weiter hingehen kann. Die Unterseite müssen wir natürlich auch auf der Uhr haben. Aber momentan sind wir halt erstmal drüber gelaufen. Und das heißt halt, hier kann es durchaus noch ein Stückchen weit nach oben gehen. Und das heißt, wenn wir alleine mal die Kopftiefe hier ausmessen, das heißt mal von hier oben bis hier unten gemessen, also hier in diesen Bereich rein, das ist ja das, was da wichtig ist. Wenn wir das mal hier auf den Ausbruchsbereich oben draufsetzen wollen, da kommen wir mal locker hier bis in diesen Drehbereich rein. Und dieser Drehbereich an dieser Stelle ist schon sehr, sehr wichtig. Denn hier hat man erst das Upgap und dann hier das Sammeln nach der Korrektur. Da ging es einiges zur Sache und dann dieser Bruch nach unten. Deswegen ist das Level hier oben um die 12.130 Punkte Marke eine sehr, sehr wichtige Marke, die wir nach oben auf der Uhr haben müssen. Die ist jetzt auf alle Fälle, wenn es hier im Zwischenbereich oben drüber geht, also das heißt, wenn wir hier das aktuelle Tageshoch überschreiten, hier oben einfach die Reise nach oben fortgehen lassen, dann wäre das mal der nächste Anlaufpunkt. Wird der weiter rausgenommen, das ist wirklich das bullische Bild, was ich jetzt an dieser Stelle beschreibe, dann haben wir die Anlaufpunkte auf der Oberseite hier. Dieses Drehlevel hier oben, dieses kleine Korrektive hoch um die 12.267. Da gucke ich auf die kleineren Punkte so ein bisschen, weil das aus dem kleinen Level rauskommt. Dann hier das Spike hoch bei 12.390 und dann haben wir hoch hier 12.416. Das ist das, was auf der Longseite jetzt definitiv mal auf der Uhr steht. Ja, das haben wir da, aber an dieser Stelle dürfen wir auch eines nicht vergessen. Dieses, was wir jetzt nach oben gesehen haben, dieser Aufwärtstrand, der kann ja auch ohne weiteres korrigiert werden. Und das müssen wir so ein bisschen mit in die Planung auch mit aufnehmen. Das heißt, die Unterseite dürfen wir hier nicht ganz außen vor lassen, denn das, was wir hier nach oben gesehen haben, ist der Bewegungsarm dieses Aufwärtstrands. Und der kann ja korrigieren. Und wenn wir uns hier die korrektive Phase mal anschauen, dann definitiv hier das Ausbruchslevel von 11.900 und was haben wir hier oben gehabt? 60 Punkten? Nein, 80 Punkte. Nein, was haben wir? Jetzt muss ich mal näher ranruhen. Ja, 11.980 Punkte an dieser Stelle. Das hier, erstes Anlauflevel, wenn das wegläuft, dann hier dieses Ausbruchslevel aus dem kleineren Umdrehbereich, die 11.900, naja, irgendwas, 25 bis 30 Zähler. Und dann die Lows hier unten. Also das, was wir hier haben an dieser Stelle, dieses Tief und dann schon hier unten diese 11.782 Zähler. Das sind die Marker, die wir im kurzfristigen Bereich mit im Blick haben sollten. Also hier dieses Level hier auch nochmal mit reingebracht. Wie schon gesagt, 11.810 Zähler sind das hier in etwa. Das ist also alles Korrektur dieser Aufwärtsbewegung hier. Und wenn der Markt komplett rumdrehen sollte, natürlich, dann wäre dieses bullische Szenario erstmal komplett von der Uhr. Dann müssen wir uns auch auf der Unterseite orientieren. Und da kommt es bei Kursen unter diesem Zwischentief hier bei 11.782 Zählern auf dem Weg nach unten. Natürlich hier das Zwischenhoch bei 11.585 und hier diese Unterstützung im größeren Bereich um den Bereich von 11.500 Punkten in die Planung mit rein. Wenn wir uns das Ganze mal kurz auf dem Tagesschart anschauen wollen. Wenn das letzte gespielt wird, wäre das natürlich schon wieder ein sehr, sehr, sage ich mal, bärisches Zeichen. Aber wie schon gesagt, wir müssen einfach schauen, was der Markt macht. Wir haben für die kurzfristigen Bereiche gute Anlaufmarker, die wir hier haben. Und die haben wir durchaus jetzt auch gut besprochen für die Planung im kurz- und mittelfristigen Bereich. Wenn es dazu noch Fragen gibt, bitte einfach nochmal kurz an mich herantreten. Dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne auch entsprechend darum. Wir machen weiter bei den Währungen. Und zwar blicken wir zuerst einmal auf das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Den haben wir hier. Da schauen wir auf das, was im Tagesschart passiert. Und da haben wir zum Freitag eine Short-Umkehrkerze bekommen. Also ein Verkaufssignal im laufenden Abwärtstrend. Und das spielt der Markt gerade. Da geht der Markt gerade rein. Ich skizziere auch das einmal ganz schnell. Hier, das ist im größeren Bilde. Moment, das muss ich nochmal kurz etwas kleiner machen. Im größeren Bilde sehen wir hier den Markt schon ganz, ganz deutlich nach unten trenden. Also hier an dieser Stelle, was wir haben hier, das ist die Korrektur, das die Bewegung, das die Korrektur, das die Bewegung nach unten rein. Und was wir hier gesehen haben, ist einfach untergeordnet. Der erste Bewegungsarm nach unten, die Gegenbewegung und hier, hier fließt quasi wieder Trend in Trend hinein. Und hier an dieser Stelle, hier oben in diesem Bereich, diese Kerze, die wir hier haben, das ist das Umkehrsignal gewesen, das Short-Umkehrsignal. Und das wurde jetzt sozusagen bestätigt und diese Bestätigung, die schauen wir uns jetzt mal an, was wir daraus erwarten können. Das heißt, hier gehe ich einfach mal rein in die kleinere Zeiteinheit, also in die Stunde sozusagen. Und hier sehen wir ganz klar, hier oben ist die Umkehr gekommen, die Bewegungsumkehr aus der Korrektur heraus. Also hier, das ist der Abwärtstrend, das ist die korrektive Phase. Und hier ist der Abwärtstrend jetzt definitiv beendet. Das heißt, hier sind hier unter ein wichtiges Tief gelaufen, nämlich unter das letzte Trend-Tief unten raus. Also diese Marke, die wir hier haben. So, kurz einen Augenblick, ich mache das mal noch ordentlich. Also hier an dieser Stelle sozusagen, schaut mal, hier hatten wir noch ein leicht höheres Hoch. Jetzt geht es nach unten. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr interessant, wie das Ganze weitergehen kann. Auf der Unterseite sehen wir nämlich ein paar interessante Anlaufmarker hier. Und da müssen wir auch hier an dieser Stelle wieder keine, sage ich mal, hochtrabende Wissenschaft draus machen, sondern wir können uns einfach auf das fokussieren, was wir entsprechend schon da haben. Und zwar, das sind dann die sogenannten Swing Lows hier aus dieser Aufwärtsbewegung raus. Also, ich skizziere auch das nochmal kurz auf. Das, was wir hier sehen, grob skizziert. Das war der korrektive Aufwärtstrend hier in seinen Bewegungen und Korrekturen hier unten rein. Das war das Größere im Verlauf sozusagen. Hier oben ran, so, das ist er gewesen. Und jetzt sind wir halt hier unten drunter gelaufen. Und die Anlaufmarker, das sind in der Regel dann die Zwischentiefs. Die Marken, wo sich ein bisschen was gedreht hat. Und im ganz großen Bereich, was uns da jetzt auffällt, ist natürlich hier an dieser Stelle natürlich solche großen Bereiche hier, wie die Marke um die 1,29, 8,55, beziehungsweise hier ein Drehlevel, wie wir es hier haben, im Bereich von 1,30, 50 bis 1,30, 60, 65 in etwa. Also dieses Level hier. Das sind mal sehr, sehr gute Anlaufpunkte auf der Unterseite für das, was hier kommt. Ob das jetzt direkt drunter läuft oder wir erst einmal noch eine Gegenbewegung zu dem, also hier ist ja, das ist ja der initiale Bruch der ganzen Sache gewesen. Und ob wir jetzt hier an dieser Stelle direkt hochlaufen oder ob wir noch eine Gegenbewegung sehen, das wird sich zeigen. Positiv ist es auf alle Fälle, wenn wir an dieser Stelle etwas sehen wie hier, eine Gegenbewegung und dann einen Trend. Dann wissen wir, jetzt trendet der kleinere Zeitbereich wieder in die Richtung des übergeordneten Zeitbereiches. Das ist dann das, wo du als Händler einfach ein bisschen mehr Sicherheit im Portfolio mit hast, weil der Markt halt nach unten trendet. Das ist natürlich keine Garantie für irgendwas, aber es ist immer schöner zu sehen, dass wir eine initiale Bewegung haben, wo der Markt dann nochmal eine Gegenbewegung macht und dann wieder runterdreht. Dann sehen wir nämlich, das ist die Bestätigung, dass es wirklich nach unten gehen soll, dass wirklich hier oben keiner mehr kauft. Dann hätten wir ein tieferes Hoch und das ist dann das, was hier uns nach unten bringen kann. Und wie schon gesagt, die Anlaufmarker hier auf der Uhr, die sind, wie schon gesagt, relativ schnell identifiziert. Wir können dann unten den Platz nutzen bis zum Zwischentief um die Marke von 1,29. Was haben wir hier unten? 1,28 in diesen Drehbereich rein. Das ist das, was wir im Cannondollar jetzt aktuell auf der Unterseite sehen. Fallen wir allerdings nicht hier unten unter diesem alten Drehbereich raus, also nicht stark unter dem Bereich, wo wir jetzt sind, sondern prallen hier nach oben hin ab. Müssen wir natürlich schauen, was kommt zur Oberseite hin. Und da wird es dann erst einmal interessant hier, das heißt, wenn wir jetzt hier nach oben laufen, das wäre genau die Korrektur zu der Gegenbewegung oder zu der Abwärtsbewegung, die ich gerade angesprochen habe. Und wie schon gesagt, wenn wir hier oben drüber laufen sollten, dann, die Oberseite gibt natürlich auch noch ein paar kleinere Anlaufpunkte mit rein, aber im übergeordneten Bild sind wir halt short, nur wir müssen halt hier oben auch die Chart-Technik ein bisschen beachten. Bei 1,32,9 ist ein großer Drehbereich. Hier haben wir die kleinen Anlaufbereiche um die Marke von 1,32. Also da ist schon einiges noch da. Sollten wir eine Gegenbewegung bekommen, wird es hier oben interessant, wie es weitergehen kann. Das der Blick in das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Und dann schwenken wir noch rüber zum Austral-Dollar, US-Dollar. Auch den immer mal auf der Uhr gehabt. Und was hier an dieser Stelle passiert, ja, ist wirklich interessant. Nochmal kurz für diejenigen, die hier jetzt erst dazu gekommen sind, das Währungspaar auch mit auf der Uhr zu haben. Aus dem ganz, ganz großen Bild hatte ich hier die Long-Umkehr-Situation besprochen. Und die zieht sich momentan so ein bisschen hin, die ganze Umkehr. Aber das Ganze kam halt aus diesem Bild heraus, dass wir hier stark nach unten getrendet sind über sehr, sehr lange Zeit und jetzt hier drüben an dieser Stelle eine Aufwärtssequenz gehabt haben. Also das, was hier nach unten lief, das war sozusagen der letzte Abwärtstrend hier, den wir stark gehabt haben. Und hier dieser Bereich um die Marke von 0,70,3. Das war das letzte Widerstandslevel. Und hier ist sozusagen das Währungspaar trendig nach oben gelaufen in einem Aufwärtstrend und verharrt jetzt hier unten um die 0,70,30. Hat sich ein Boden gebildet, der jetzt nach oben gelaufen ist. Und das ist jetzt so der Punkt, die langfristige Aufwärtsbewegung, die wird dann initiiert, wenn wir hier oben drüber über das letzte Zwischenhoch auf dieser starken oder aus dieser starken Aufwärtsbewegung drüber gehen. Das ist die Marke von 0,74,15. Da oben drüber hätten wir dann schön die Sequenz nach oben weiter laufend. Und da haben wir halt auch ein paar Anlaufpunkte auf der Long-Seite. Das ist allerdings noch weite, weite Zukunftsmusik. Das, was jetzt aktuell interessant ist, das finde ich persönlich viel, viel spannender. Deswegen möchte ich das Währungspaar an dieser Stelle heute gerne nochmal besprechen. Und zwar ist das im Kleineren genau das, was ich gerade angesprochen hatte. Diese Sequenz, diese Umkehrsequenz, die hier so ewig seitwärts lief, die scheint sich jetzt nach oben aufzulösen. Und das ist jetzt wirklich interessant an dieser Stelle, denn hier, schaut mal, hier an diesem Punkt, das war das Hin- und Hergezappel, die Gegenbewegung nach unten hier, der Trend nach unten da gehabt. So, dann ging es hier oben rein, da war der Deckel irgendwo oben drauf, um die 0,7240. Hier, dann sind wir wieder im Kleinen getrendet unten rein. Aber dieser Auffangbereich hier, um die 0,7030, der hat halt immer wieder gehalten. Und jetzt sind wir hier an dieser Stelle oben drüber gegangen. Hier oben drüber, das ist der erste Weg nach oben. Und hier haben wir jetzt, naja, vom Kursmuster her, es kommt darauf an, wie klein man die Zeiteinheit sieht. Also im kleinsten Bereich gesehen ist das natürlich eine Art Flagge, die wir hier in diesem Bereich haben. Das ist ganz klar. Das heißt, das wäre mal die Initialzündung, wenn man sich das in der Stunde anschaut, wäre das jetzt der starke Schub nach oben. Das die korrektive Phase. Aber an dieser Stelle möchte ich nochmal auf einen anderen Blickwinkel reinwerfen, wie man das Ganze sehen kann. Also das Bild, was wir hier an dieser Stelle haben, ist natürlich das gleiche. Aber worauf es mir jetzt ankommt, ist, wir sehen es hier oben. Da und da. Das sind sozusagen mal zwei Level, wo wir immer wieder Berührungspunkte oben drinnen gehabt haben. Und wenn wir das jetzt tatsächlich nach oben rausnehmen, das wäre dann sozusagen die Initierung, dass wir hier aus dieser Bewegung einen Aufwärtstrend bekommen. Und der kann sich dann deutlich zur Oberseite ausarbeiten. Das heißt, diejenigen, die das Ganze im kleinsten treten wollen oder im kleineren Bereich traden wollen, die nutzen jetzt natürlich dieses Bild, was wir hier an dieser Stelle haben. Das heißt, diesen, sage ich mal, leicht trendigen Verlauf, den wir hier nach unten gehabt haben. Ja, auch hier gab es immer wieder diese Wechselbeziehung. Hier ging es runter, da ging es drüber hinaus. Das ist ganz, ganz normal in solchen, sage ich mal, Umschwungphasen, wie wir es jetzt hier haben. Und jetzt schaut mal, jetzt sind wir hier über ein wichtiges Hoch schon mal drüber gelaufen, nämlich über dieses Zwischenhoch hier an dieser Stelle. Und jetzt haben wir hier genau diese Flaggenformation. Und wenn das hier nach oben weiter fliegt, dann hatten wir als Anlaufpunkte hier dann auch raus. Erst einmal natürlich dieses kleine Zwischenhoch, aber wir wollen ja viel weiter hinaus. Und da hätten wir dann sozusagen hier oben diese Anlaufpunkte, wie wir sie haben, Richtung 0,7340, beziehungsweise hier im kleineren Bereich, wenn wir die mal noch drunter ziehen wollen, schaut mal hier da oben rauf, ungefähr ganz grob, ich treffe hier immer nicht die Hochpunkte, aber ganz grob die 0,7320 an dieser Stelle. Dann haben wir hier, wie schon gesagt, das Zwischenhoch, das sind mal Marke, die wir nehmen müssen. Und das, wie schon gesagt, als allererstes, das wäre die Bestätigung, wenn wir hier über die 0,7298 drüber laufen, und das wäre wirklich die Bestätigung, dass der Markt jetzt hoch möchte. Und mit Blick auf den Tagesschart wäre das dann halt auch hier der Ausbruch über ein wichtiges Niveau. Und wenn wir das dann wuppen, dann wird es interessant, hier oben, da steht das nächste Level, ein altes Verkaufslevel. Und wenn dort auch wieder die Käufer reinkommen, heißt das halt, dass die Shorties, also die, die hier auf fallende Kurse unterwegs sind, weiter ihre Positionen auflösen. Da kommt dann Kaufdruck in den Markt. Das heißt hier oben, wenn die 0,7340 gekauft werden, dann wird es mega spannend, denn dann stehen wir hier oben auf dem Weg hier zu diesem Zwischenhoch oben rein hier. Da haben wir das. Das ist die 0,7415. Und wenn das auch genommen wird, dann schwappt das Ganze aus dem Tag in die Woche über. Und das wird dann hier diese ganze Wochenaufwärtsdynamik wirklich weiter fortnehmen oder mit nach oben setzen. Also rein vom Bild her wäre es quasi im Groben. Das, was wir hier haben, dass sich das schön nach oben fortsetzt, hier oben drüber hinaus. Und die nächsten Anlaufpunkte sind dann halt auch schön planbar. Hier, das sind solche Stellen, wie wir sie da haben an diesen Punkten. Das ist schon wirklich interessant. Das sind die Zwischenhochs, die wir auch aus dem Wochenverlauf sehen. Und da ist viel, viel Luft nach oben hier Richtung 0,757. Hier oben die 0,78, 0,79 und dann hier über der 0,80. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und da sind wir jetzt in dieser Umkehrphase. Und wenn hier die Großen, die das Geld bewegen, dort long in die Märkte reinschieben, dann hat das schon was zu bedeuten. Und da können wir natürlich mit unseren Portfolien sehr extrem flexibel und schnell darauf reagieren. Also das eine hochinteressante Geschichte. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir noch Fragen bekommen. So, okay, also, Facebook, haben wir noch Fragen? Nee, doch, Euro, türkische Lira. Yes, Sir! Die türkische Lira. Eieiei, was da passiert, das ist wirklich etwas, das ist eine hochinteressante Geschichte. Und das zeigt auch einfach mal wieder, was für Chancen wir hier tatsächlich an den Währungsmärkten auch mit haben. Hier, Euro, türkische Lira. Mensch, Leute, kurzen Augenblick. Euro, türkische Lira. Da ist es. Zack, zack, zack. Moment, Moment, Moment. Hier ist halt das Schöne, bei Tickenmeer kannst du sowas auch traden. Es ist da. Es ist funktional. Es läuft. Und deswegen auch die Chancen, die wir hier an dieser Stelle haben, ist echt irre. Schöne Seitwärtsrange hier momentan, die wir haben in der Verortung her nach unten gesehen. Also hier bleibt es echt spannend, was passiert. Aber zuerst mal bitte festhalten. Anschnallen. Ich blicke jetzt mal in den Tagesschart. Das seid ihr vom Euro, US-Dollar oder so nicht gewohnt. Das ist schon Wahnsinn. Hier nach oben. Irre krass, was hier läuft. Und man sieht halt an dieser Stelle auch, wie schön die guten Kursmuster zu traden sind. Deswegen schauen wir immer mal auch auf solche Währungspaare. Hier, schaut euch das mal an. Schönes ansteigendes Dreieck. Enge Konsolidierung. Schönes Kaufsignal hier oben. Hier, das gleiche Bild. Zack. Hier oben schöne Konsolidierung. Hier, Anstieg nach oben. Hohe Konsolidierung. So eine Art Kanal. Pum. Nach oben. Das ist echt grandios. Und das konnte man wirklich schön über lange, lange Zeiten auch mit den Nachrichten nach oben traden. So. Jetzt stehen wir allerdings hier ein bisschen an einer anderen Stelle. Ja. Jetzt sind wir hier extrem dynamisch nach unten wieder gekommen. Aber hier bitte nicht den Kopf in den Sand stecken und zu sagen, okay, jetzt ist hier alles Schrott. Das funktioniert nicht mehr. Das brauchen wir nicht zu traden. Äh, 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 Freunde. So einfach ist das nicht. Denn wir haben hier einen schönen, ein schönes, schönes Unterstützungsband an dieser Stelle. Und das ist jetzt halt interessant, was passieren kann. Denn wir wissen ja, Moment, eine Unterstützung, die machen wir mal schön in grün. Wir wissen ja, dass es nach solchen starken Abschüben immer mal wieder eine, äh, sag ich mal, Erholungstendenz gibt. Oder aber eine Umkehr des Ganzen. Weil wenn wir uns das Ganze auf der Woche mal anschauen, sehen wir, ist das in dieser extremen Aufwärtsbewegung ja nur eine Korrektur in diesen Schwungbereich unten rein. Das kann also ganz schnell auch wieder nach oben gehen. Aber wir müssen uns hier ein bisschen danach richten, was der Markt macht. Heißt also, das Level, was wir hier haben, ungefähr zwischen, ich lege mal kurz Linien rein hier, knapp die Marke von, ähm, neun, äh, türkischen Lira und das, der Schwungbereich hier unten drunter, die Zwischentiefs hier ungefähr, das alte Ausbruchslevel um die, um die 8,80. Das sind mal so wichtige Drehbereiche. Das heißt, das ist ein Auffangbereich. Was wir hier allerdings beachten sollten ist, wie entwickelt sich denn jetzt die Korrektur an dieser Stelle, ne? Denn wir können hier eine Aufwärtsdynamik bekommen, schön nach oben zu traden und da kommt dann natürlich hier oben dieses Ausbruchslevel wieder mit in Frage. Das ist hier an dieser Stelle dann natürlich ein Widerstandsbereich und bei den hohen Volatilitäten würde es mich nicht wundern, wenn man das relativ schnell auch erreichen kann. Das heißt, das Potenzial für eine Aufwärtsbewegung ist schon mal da, ganz klar, hier oben rein, hier grob in den Bereich hier, als der Ausbruch kam, um die, ähm, 9,50. Das wäre das Ganze, wenn wir hier eine Aufwärtsdynamik bekommen. Sollten wir allerdings direkt unten drunter durchstatten, also unter dieses Zwischentief hier unten drunter. Das ist die Marke von etwas unter 9. Das wäre dann spannend. Also 8,98 hier unten. Ähm, dann wäre das nämlich extreme Fortsetzung dieser Gegenbewegung, also gegen diesen starken Aufschub und dann wird es erstmal interessant, was hier um die 8,79, 8,80 rum passiert und da schauen wir uns das Ganze eben mal kurz im 4-Stunden-Trend an. Das sehen wir nämlich hier, dass der Markt unten trendet und dieses Widerstandslevel hier bei 9,50 das letzte Verkaufslevel war und dann setzt es sich dieser kleine Trend unten fort. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist wirklich dieser schöne Auffangbereich. Das sieht man hier in der kleineren Zeiteinheit, wie diese Marke hier um die 8,98, knapp 9 hält, was hier sozusagen an Puffer auch aufgebaut worden ist, an Unterstützung und wenn wir da drunter fallen, ist das ein Zeichen, dass die Unterstützung nicht mehr hält und dann, ja, dann geht es relativ schnell, dass wir uns weiter unten sehen und wie schon gesagt, Anlaufmarker hier an diesem Bereich wäre mal das Zwischentief hier unten an dieser Stelle und dann diese Auffangbereiche, wie wir sie hier so schön an diesen Stellen auch sehen, hier das kleine auch noch zwischendrin nicht vergessen. Das sind Marker, die sind dann durchaus relevant für die Abwärtsplanung, aber und deswegen jetzt das kleine Aber, ich muss da nochmal kurz ein bisschen größer zoomen, die Oberseite ist halt nicht zu vergessen, das heißt, kommt jetzt hier der Abprall nach oben, hier ist dann eine wichtige Stelle Nummer 1, oben knapp die 9,15, da müssen wir drüber, damit die Aufwärtssequenz erstmal initiiert wird und dann oben reinzugehen, nicht zu vergessen, hier, das oben drauf, ungefähr die 9,30 in etwa, 9,29, 9,30, das ist ein Zwischenpunkt, also hier haben wir auch für die Bewegung nach oben einiges an planbaren Punkten und wie schon gesagt, wenn wir uns das kleinere jetzt noch anschauen und zur Unterseite hin, da muss ich das Bild jetzt allerdings nochmal ein bisschen kleiner machen, hier die Anlaufmarker, ich hatte es gerade beschrieben, was wir hier sehen, also diese Zwischentiefs hier, ganz, ganz grob an den Zwing los, die knapp 8,48,6, hier die 8,42 und dann wie schon gesagt hier unten dieses Schwunglevel um die 8,09, das ist das, was wir unten sehen und der Entscheidungsmarker, der Momentum, Moment sozusagen, wenn man das mal so bezeichnen will, den haben wir hier und das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Also, ob wir den Boden gesehen haben, wird dir die Frage gestellt, ich würde sagen, der Boden wird sich erstmal bilden und dann können wir sehen, wie es ausgeht, das heißt, der Bodenbildungsprozess ist jetzt hier noch längst nicht abgeschlossen, wir warten hier und ob wir ihn gesehen haben oder nicht, das werden wir dann merken, wenn wir hier drunter durchbrechen oder oben drüber steigen, das ist das Momentum und das haben wir aktuell hier im 4-Stunden-Chart. So, gut, das passt sehr schön, gut, also, das hätten wir dazu und jetzt müssen wir mal kurz schauen noch auf WTI, das hatte ich ja gesagt, WTI sieht momentan für die Long-Seite relativ interessant aus, wenn wir uns das Ganze mal auf Stundenbasis anschauen, sehen wir nämlich, dass wir hier in die Korrektur reingelaufen sind, also schaut euch das mal ganz kurz an hier, das ist der Trend, den wir in der Stunde haben, hier sind wir in die Korrektur reingelaufen und der Markt dreht hier gerade nach oben um, ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich habe das heute nur mal im Kleinen reingenommen, weil möglicherweise bekommen wir hier noch eine viel, viel größere Situation raus, ich habe mir das für heute mal auf die Watchlist gelegt, um zu sehen, was hier an dieser Stelle passiert, weil möglicherweise entwickelt sich da auch für die Swing Trader ein sehr, sehr schönes Setup, da muss ich aber erst mal abwarten, was da wird, weil ich sage immer an dieser Stelle, eine Schwalbe macht noch lang keinen Sommer und nur weil wir hier kurz mal oben dran laufen, heißt das jetzt nicht, dass wir komplett nach oben laufen, für die Swings ist es hier noch ein bisschen früh, aber für die kurzfristigen Trader und das ist ja das, was ich hier morgens auch immer wieder reinbringen möchte, hier schaut mal, die Marke um die 40, das ist das interessante Level jetzt an dieser Stelle, denn das ist der kleine Support, der sich jetzt hier gebildet hat, so ein ganz, ganz leichter Boden und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen wollen, hier in diesem Falle, das wäre sozusagen mal die Abwärtssequenz hier, die Gegenbewegung, Abwärtssequenz, Gegenbewegung, Abwärtssequenz, das ist also der Abwärtstrend und diese Einzeichnung, die wir hier sehen auch, das ist dieses, dieses Add-on, dieses MTU in Live-Signal, da haben wir hier gerade auch eine Frage bekommen, also wer entsprechend dazu etwas wissen möchte, bitte auf mich zukommen, bitte mich einfach mal anposten, gerne direkt über Facebook oder auch, wer das Ganze möchte, per E-Mail an info at investorschule.de, da kann man mich persönlich erreichen, da kann ich ein bisschen was zu sagen an dieser Stelle und hier sehen wir halt momentan, dass, wenn wir uns dieses einfach mal anschauen wollen, wir hier über das letzte Zwischenhoch drüber gelaufen sind, ja, das heißt hier an dieser Stelle das interessante Bild hier, dieser Bereich, Moment, ich muss das mal ganz kurz vom Zeichentool her nehmen, dieser Bereich ist halt wichtig, denn das hier oben, ja, das war die Bastion, die letzte Bastion des Abwärtstrends hier, die ist jetzt rausgenommen, wir sind über die 4075 drüber gelaufen und wir gehen jetzt natürlich oben rein und da wird es jetzt hochinteressant, was hier oben passiert, wir laufen jetzt momentan direkt hier in diesen Verkaufsbereich rein und wenn der auch übernommen wird, dann wäre mal das nächste Zwischenzieher oben die Marke um die 42,20 in etwa und dann können wir uns schon nach oben orientieren, hier oben rein, das ist die Marke von um die 43 und das ist wie schon gesagt, was ich hier an dieser Stelle bringe, das ist jetzt der Blick in den Stundenchart hinein, aber es sieht halt gut aus, dass wir hier eine Korrektur bekommen zur Oberseite hin und man muss dazu, wenn man sich das Ganze anschaut, entsprechend auch hier momentan, Moment, das wollte ich jetzt nicht zeigen, kurzen Augenblick, man muss an dieser Stelle auch immer so ein bisschen den Blick auch in das werfen, was die Ölpreise mitbewegt und das, was die Ölpreise vom reinen Preislevel mitbewegt sind ja, ist ja sozusagen auch der Stand vom US-Dollar und der US-Dollar-Index, also der US-Dollar-Index oder auch der US-Dollar-Future sozusagen, der kommt ja momentan so ein ganzes Stückchen unter Druck, ich will das mal ganz kurz hier zeigen, der US-Dollar, der kommt nach unten, also den schiebt es Stück für Stück runter hier an dieser Stelle, Moment, kleinen Augenblick, da muss man hier so ein bisschen die Werbung wegmachen, so, also das, was wir hier sehen an dieser Stelle, ich ziehe das mal ganz kurz rüber, schaut mal, der trendet hier nach unten, ich hoffe man kann das halbwegs sehen hier, der trendet nach unten und wir sehen hier die Umkehr und der wird halt schwächer und wenn der US-Dollar weniger wert wird, muss man halt für das Öl mehr bezahlen, das ist das eine, das zweite, was dazu kommt, sind auch wirtschaftliche Besserungen, die dann wieder dazu führen sollten, also das heißt, wenn der Konjunkturmotor wieder weiter anspringt und zwar auch weltweit, dass wir hier auch wieder möglicherweise eine zumindest temporär steigende Nachfrage nach Öl haben, das bewegt natürlich alles die Preise auch nach oben hin, ja, also dieses Spannungsumfeld ist da und da muss man jetzt mal sehen, was draus wird, kurzfristig spielt es der Markt nach oben, die Anlaufpunkte habe ich ja hier gerade genannt, aber im mittelfristigen Bild kann sich durchaus jetzt die Situation auch ändern und das schauen wir, wie schon gesagt, da gucken wir morgen mal drauf, ob sich hier im größeren Bild auch was ergibt, das machen wir dann kurzfristig heute Morgen, das Spiel, was wir hier momentan haben, ist also wirklich ganz genau das, was wir hier im Kleinen schön nach oben sprinten und wenn wir uns das mal kurz im 15 Minuten Chat auch anschauen wollen, da sehen wir halt, wo die Potenziale liegen und wie schon gesagt, das, was wir aktuell haben, wirklich ist dieser Drehbereich hier unten, wo wir jetzt wirklich reinlaufen, so die 41, 15 bis 41, 20, so beziehungsweise hier unten drunter, da sind wir auch schon durchgelaufen, die knapp 41, wenn wir das tatsächlich rausnehmen, dann sehen wir schön, wie stark der Markt hier hochläuft und die Angelpunkte, die Dreh- und Angelpunkte sind dann natürlich auch da, also das, was jetzt hier oben noch in grün gekennzeichnet ist, das muss ich jetzt natürlich mal zeitlich oder farblich ändern, das ist ein Drehbereich, das ist jetzt drunter, also die 41, 50 wird dann mal noch ein Knackpunkt, hier sehen wir, da hat der Markt viel, viel, viel Beachtung drauf gebracht, hier, 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 also ein wichtiger Bereich und wenn auch der genommen wird, dann können wir uns deutlich höher orientieren. Also, das dann mit einer guten Voraussicht, morgen intensiv im größeren Maßstab, ich schaue mal, was sich draus entwickelt. So, was haben wir? Ah, da gab es sogar eine Frage zu, zum WTI, super, ähm, ja, warte mal, durch das Freihandelsabkommen müsste Öl doch jetzt explodieren, tut es aber nicht, bisher ist noch nichts passiert, naja, das kann man so nicht sagen, ne, also, ähm, es ist halt so, der Ölpreis steigt halt schon an, ähm, es ist aber nicht so, dass, äh, diese, diese, sag ich mal, diese Dinge so immer explosiv laufen, dass man sagt, jetzt hat man diese Nachricht, bam, steht das Öl mal 10 oder 15 Prozent höher, ähm, es gibt halt auch noch ein paar Baustellen auf unserer Welt, ne, und das ist halt, ähm, auch in gewisser Arten, äh, eine Problematik, man muss halt einfach Nummer eins sehen, äh, wenn jetzt beispielsweise, äh, diese, sag ich mal, dieses Freihandelsabkommen dafür sorgt, dass auf der einen Seite mehr Umsatz entsteht, aber auf der anderen Seite, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, ja, also das bitte jetzt nicht hochwissenschaftlich nehmen, aber ich versuche es einfach an dieser Stelle mal so banal, wie es ist, zu erklären, wenn wir auf der einen Seite plötzlich, ähm, mehr Gewicht drauf bekommen auf die Nachfrage, aber auf der anderen Seite, also beispielsweise, ähm, in Europa, dadurch weniger aus Europa exportiert wird und sich das dann die Waage hält, dann ist halt die Frage, wenn Europa darunter leidet, deutlich weniger produziert, deutlich weniger Öl braucht und auf der anderen Seite im Asienbereich dafür mehr gebraucht wird und wenn sich das dann immer nur so äußert, dass sich das in etwa die Waage hält oder nicht ganz so stark der Druck wird, das hat halt Auswirkungen, ja, und man kann das im Trading nicht immer so extrem genau auf den Punkt nehmen, wie beim Kuchenbacken zum Beispiel, wo man genau weiß, was, äh, 10 Gramm Zucker mehr mit dem Teig machen vom Geschmack her oder 10 Gramm Zucker weniger oder Butter, keine Ahnung, was auch immer, ähm, ähm, wo wir jetzt bei der Weihnachtszeit bald sind, da kommt sowas ja wieder auf den Tisch, das, da kann man das ganz genau bemessen, ja, aber bei solchen Sachen wie dem Ölpreis, da gibt es so viele verschiedene Komponenten, ne, die Währungen, die Nachfrage, die Wirtschaftsbeziehungen, die Förderhöhe, ne, die Förderquote kann natürlich auch das Ganze beeinflussen, so, da gibt es sehr, sehr viel, was an dieser Stelle auf den Ölpreis mitwirken kann und deswegen ist das jetzt nicht einfach gesagt, zack, der müsste explodieren, sonst ist das Ganze schwierig, wir sehen ja, der Markt reagiert schon positiv auf das Ganze, aber ob das jetzt am Freihandelsabkommen liegt oder ob das an einem schwächeren, ähm, 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 US-Dollar liegt oder ob das vielleicht daran liegt, dass der Markt wirklich auch langsam anfängt einzupreisen, dass wir einen Impfstoff bekommen, das ist schwer zu finden und ich bin mir ziemlich sicher, wer sich hier auf die Suche nach Nachrichten macht, wird für das ein oder andere was finden, ähm, mir als Händler ist das allerdings oft zu kompliziert, hier für die kleinsten Dinge irgendwas zu finden, ich habe mir das einfach angewöhnt, wenn der Markt was spielt, spiele ich mit, der Grund dafür ist häufig nicht aus einer Sache abzumachen und lasst uns einfach spielen und dann ist gut und die Nachrichten, die passenden, die finden wir dann schon, beziehungsweise da können wir die NTV-Analysten losschicken, die werden uns da auch die ein oder andere Info zu geben, so, gut, das hätten wir für heute, danke fürs Zuschauen, allen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche, wir sehen uns morgen früh wieder, dann wie immer um 8.30 Uhr, ja, und da müssen wir mal gucken, wie das Ganze morgen läuft mit der kleinen Wette hier, das wird sich noch zeigen, die Insider wissen jetzt, was los ist, ansonsten, ich sage tschau, bis morgen früh um 8.30 Uhr für die nächsten Handelsideen, wer mag, schaut in den Blog von Tickmill, ich habe es gebracht und sage bye bye, bis morgen, tschau! von 10 Uhr, 14 satu bis 15 tschauen, bis